Ich weiss nicht. Ich will schauen, wenn niemand dort ist, dann gehen wir mal auf die Bären. Weisst du, wie ich meine? Ich habe eine Platte rausgesprengt und dort konnte ich schon auf die Bären schiessen. Jetzt musst du halt schauen, wie es dort aussieht. Ah, jetzt habe ich gemeint, da kommt dabei, ist das nur der Twantore. Blöd. Ah, jetzt muss man die Dinge wechseln. 3 Bären, krass. Jetzt schaue ich nicht mehr so. Am besten, wenn es weg ist. Ich habe nicht über das Video geschaut, da musste ich hier vielleicht gar keinen Viertopf rühren. Die Beziehungsweise fällt ihnen gut rein. Ich habe gar keinen Schaden. Da sind das sogar vier Bären. Ich komme gar nicht recht daraus. Ist das denn ein Baum links von dir rumgekehrt, irgendwie im Schuss, oder? Ich habe keine Schaden. Ich habe keine Schaden, wenn sie zu hoch oben ist. Auch wenn sie zu hoch ist, wäre das voll scheisse. Ja, so viele haben keinen Schatten, sie stecken zwar im Kopf, aber... Ist das schon kaputt oder was? Kann man mal schauen. Also die Wand ist noch drin. Ja. Ja. Der Messer ist noch drin, was ist der Zorcig. Für mich selbst so viele Menschen zu schütten. Für mich stolzul auf die Abenteuerung zu schütten und die Abenteuerung zu schütten. Das ist ein schönes Geräusch, finde ich. Ah, jetzt kommt der... Nein! Ja, aber ich treffe die Falsch-Dings. Scheisse, sag doch das. Das ist viel zu hoch. Ah, fuck. Jetzt kann ich von vorne anfangen. Also, dann geht es nur auf das Lachen, oder was? Ja, und der Rest ist ganz. Ja, kann man nicht nach einer Knau drin schmeißen, oder so? Ja, das kannst du schon, aber... Das macht nicht allzu viel. Das ist nicht so viel, oder? Die anderen sind nicht mehr, du hast vorher rausgerannt, aber... Ah, jetzt habe ich genau keine Kugeln mehr, oder? Ja, jetzt haben wir das, glaube ich, verhauen. Hast du geschossen? Ja. BirKarten müssen sofort anfangen... Ach. Ja. Das war's so nett Untertitelung. BR 2018 Hello? 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 Hi. 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 What is that noise? What are the noises? The guns? What are those noises? Are there ships? Are there bad people? Canoon is called Canoon, right? So our cannons, we fight against our neighbour. Yes. Okay, we have a war with our neighbour on the underside of our base. Okay, but you are okay. Yes, thank you. Okay, I need to grab a fish from the water, thank you. Bye. 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 Hello? 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 I was making sure you were okay. You were my neighbour. Yes, we're okay. The neighbour of the right side of us have destroyed the ships and the beds of my trip. And yet we make war of the trip. They destroyed your bed? Yes. Six beds we have destroyed by my claim. Do you need me to make you a bed? I can make you a bed? Yes, I can a bed make for you. No, 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 no. Do you want me to make a bed for you? Ah, no. Okay, we have beds. Okay, okay. Okay, I'm gonna grab a fish. I'm dead. Okay, yes. Good luck. I'm fine. The problem is, what do you need? I have a shipyard. Do you need a shipyard? I can't use it. We have shipyards. Oh, okay. I need to make a raft to make a bed. I don't have a bed. But I'm gonna go get a fish before I die. Thank you. I want to make sure you're okay. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Sie will. Sie will ein bed machen. Sie will ein bed machen. Und ich zuerst meinte für uns, oder für sie. Oder wir, wir haben zuerst gem Warsaw. Ja, weil die anderen uns die Bette immer, glaubv glatt, bh trong du mal, ob sie sein bert делает uns Code jetzt alles recommending. Ich habe gerade überleitet. Oh shit, jetzt sind sie schon repariert. Das Tor ist schon repariert. Fuck. Irgendwie wirkt es noch etwas schwarz auf der einen Seite. Ich frage schon, ob jetzt das... Das hat einfach wieder 15.000. Hm. Jetzt hat es uns voll abgelenkt. Das kommt schon hier nicht an, wenn es einfach schnell ein neues machen könnte. Ja. Ja. Wirklich noch mal etwas, wer noch einen Haken hat. Aber es steht, man könnte sie 8 Stunden abreissen. Ja. Komisch. Ja. Jetzt weiss ich auch nicht ein wenig weiter schiessen. Ja. 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 Jetzt habe ich mich auf 50. Ja. 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 Und den Rest habe ich hier die Wandballer, die war auch nicht ganz kaputt. Und jetzt muss man das nächste Mal einfach schiessen, wenn man die 130 schiessen hat oder 140. Und jetzt muss man das nächste Mal einfach schiessen, wenn man das nächste Mal einfach schiessen hat. Kletter mal hoch. Jetzt ist er wieder zur Basis zurückgerannt. Ich glaube, der hat wieder Beton gestellt bei dem Schiff. Aha. Ich habe noch Kanonenkugeln dabei, ich komme auch gleich. Ich muss dann noch schnell loswerden, wäre schade. Hast du das gerade noch gemacht? Könntest du jetzt, wenn du die Werkzeug gelernt hast? Kanonenkugeln? Nein, Höcken. Aha, stimmt. Soll ich noch holen? Ja, wenn sonst keiner mehr rum hat. Ich glaube, das war der letzte Mal. Das Zweite hat mir immer bessere Chancen, also nein. Nimmst du mal eine mit? Ich will mal schnell zu den Shiftings von Ihnen. Ja. Ah, sorry. Scheiße. Ach so.